Zwitsch ist ein mittelgrosses Unternehmen mit 100 Mitarbeitern mit 85% mit Hochschulabschluss aus 14 Nationen. Ein Haufen begeisterte Experten. Wir sind hier auf einem hohen akademischen Niveau. Zwitsch hat vor über 25 Jahren das Internet in die Schweiz gebracht und betreibt seither kritische Komponenten vom Internet für die ganze Schweiz. Mir gefällt die Arbeit sehr gut, die ich mache, weil sie sehr abwechslungsreich ist und weil ich praktisch keine Routine habe. Ich habe den Eindruck als Mitarbeiter, dass man mir zumuten, dass ich plötzlich eine bahnbrechende Idee habe, die die Firma auch weiterbringt. Und das ist sehr positiv. Mir gefällt, dass wir einen direkten Beitrag zur Wissensgesellschaft der Schweiz liefern. Wir arbeiten mit den Hochschulen zusammen. Ich treffe mich praktisch täglich mit Leuten von der Universität. Wir haben auf der einen Seite die Hochschulen, auf der anderen Seite aber auch die Banken und die Finanzindustrie. Und das ist eine sehr partnerschaftliche Zusammenarbeit und sehr konstruktiv. Vor über 10 Jahren haben wir die sogenannte Switch AI entwickelt. Und jetzt sind wir daran, die nächste Generation von diesem virtuellen Schlüssel zu produzieren, die sogenannte Swiss EduID. Wir schauen dafür, dass die Daten, die vielen Daten, die übertragen werden über den Benutzer der EduID, dass die richtig übertragen werden, dass wir das Datenschutzgesetz und alle anderen rechtlichen Anforderungen einhalten können. Die Mitarbeitenden sind die wichtigsten Ressourcen von Switch und darum liegt uns die Weiterbildung sehr am Herzen. Bei Switch wird einem Weiterbildung sehr einfach gemacht. Konferenzbesuch oder Schulung sind in der Regel überhaupt kein Problem. Ich habe hohe Lebensqualität bei Switch aufgrund von dem Freiraum, den ich habe, in der täglichen Arbeit. Das bedeutet aber auch, dass es eine Selbstdisziplin braucht, um die eigenen Projekte zu verantreiben. Aber ich finde das gut. Mir entspricht das sehr. Was ich wirklich einzigartig bei Switch finde, ist, dass ich Teilzeit arbeiten kann und genauso spannende Tätigkeiten ausführen kann wie alle anderen. Also das Einzigartige an Switch ist, dass man anständig mit den Mitarbeitern umgeht und trotzdem oder vielleicht gerade wegen dem sehr hohe Leistungen erbringt. Unsere Dienstleistungen werden täglich von sehr vielen Nutzer genutzt und das verpflichtet. Das heisst, dass wir versuchen, mit unseren Kunden zusammen langfristig erfolgreiche Lösungen zu entwickeln. Gehörschmeck, gizelle, hoche chekal. Au revoir. Ciao, agenzi si ve. Yes, yes. Hey do, hoppas vi si snacht. Arrivederci, espero a presto. Bis zum nächsten Mal.